Die Hermann-Köhler-Baudekoration ist Mitglied der Initiative Faires Handwerk. Erfahren Sie in diesem Video, welche Vorteile dies den Kunden bietet. Die Mitglieder der Initiative Faires Handwerk haben sich zu hohen Qualitätsstandards verpflichtet. Das neue Siegel kennzeichnet Rechtssicherheit für Auftraggeber, Qualität der Handwerkerleistungen, Gewährleistungssicherheit, legale Arbeitsplätze zu fairen Bedingungen, keine Ausbeutung von Billig-Lohnkräften, fairer Wettbewerb, gesellschaftliche Verantwortung. Billig kann schnell teuer werden. Lohn- und Sprießdumpfing sind auf dem Bau an der Tagesordnung. Es blühen unfaire und illegale Beschäftigungsmodelle, die für Auftraggeber zu erheblichen Haftungsrisiken führen können. Dann wird aus dem extrem günstigen Angebot schnell eine ganz dicke Rechnung. Der Einsatz von Subunternehmen zur Abdeckung von Leistungsspitzen und fremden Arbeitsfeldern ist in der Baubranche üblich und sinnvoll. Allerdings nutzen skrupellose Marktteilnehmer allein Unternehmer als Scheinselbstständige aus und umgehen so Mindestlöhne, Sozialabgaben und Steuern. Was viele Auftraggeber nicht wissen, im Maler- und Lackiererhandwerk gilt Meisterpflicht. Nicht nur Handwerker, die gegen diese Regel bestoßen, machen sich unter Umständen strafbar. Denn der Auftraggeber verliert unter anderem seine Gewährleistungsansprüche. Und nicht zuletzt drohen bei Schwarzarbeit auch empfindliche Strafen. Wir beschäftigen ausschließlich ausgebildetes Fachpersonal. Die eigene Ausbildung bringt den Nachwuchs für den eigenen Mitarbeiterstamm. Mitarbeiterstamm, nur gut ausgebildete und fair beschäftigte Mitarbeiter sichern die zuverlässige Ausführung der Arbeiten. Faire Arbeitsbedingungen sind keine Selbstverständlichkeit. Alle Mitarbeiter sind voll sozialversicherungspflichtig beschäftigt und unterliegen dem Branchen-Tarif. Aufwendiger Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit sind selbstverständlich. Möchten Sie mehr zu den Zielen und Inhalten der Initiative Fairer Wettbewerb erfahren? Viele Informationen zu diesem Thema und über uns finden Sie auf unserer Webseite www.köhler-baudekoration.de www.köhler-baudekoration.de www.köhler-baudekoration.de